rein in die olga rein in die olga jetzt böllern sie hier so rum, wie wir gleich geböllert werden so jungs, wundrum ne reih melko kommt immer um rum die wundsortgruppe ist schon wieder im eskalieren flash hook hä, wieso ich, ich kann nicht hunden ich bin doch hier der carry wieder kennst du's ich hab'm skinn übrigens, ist euch das gar nicht ist euch das gar nicht aufgefallen? ihr blockt mich hier alle ihr Arschficker untenrum ok da ist er, da ist er, jawoll komm nicht ran wund wie geil, alter geil wenigstens sehen die gegner, dass wir committen wenn wir ein play machen, dann machen wir es auch das ist hier die oberste regel drauf warum, warum wurde hier nicht das flash gezogen, frage ich mich dann hätten wir die gekillt dann hätten wir nicht was willst du denn da noch, also ah mein gott, alter ja nicht mein gott, du kannst ruhig benni zu mir sagen ok schmuchte mit blubuff möchte ich an die auch ganz gerne, hallo kalle nimm dir was du willst jaaa ich nehme mir was mir gehört kein royal flush mehr hier die nächsten paar minuten mhm sehr scheue so sein, die haben wir richtig Respekt hier unten, alter ja die haben gesehen es ist der, es ist der legendäre Hypnotic oh ausgottes x3 guck mal die haben sie auch noch nicht nocturnal crimson nocturnal crimson nocturnal crimson guck mal ramos ist doch richtig entspannt ich stelle mich jetzt vor den red buff guck irgendwo in der gegend rum und er macht sich von selber ja beste jam junge erscheidet sich ja nicht von deinem sonstigen spielstil spielstil der alex krieg immer auf die kasse tübeck ach nee ja benni da kann ich dir nicht mehr helfen, tu mir leid ja, wohl ihr level 2 unten hat noch keinen blubuff hm, das ist natürlich jetzt jetzt sind keine flausen im kopf wobei ne, ich geh da jetzt gar nicht wo ah doch, ich muss aber ich muss das für mein volk tun verpiss dich ja, wenn das getroffen hätte die auch direkt ne anzeige entstattet anzeige ging unbekannt warte, da kommt es hier also, ich mach dir nicht sonderlich schnell den buff musst du es malte? ja oh, warte der ist da noch, warte warte warte, warte, hier hier warte, hier oh, bist du, weißt du, ist da blind ich wollte ja eigentlich nur weg ich wüsste nicht, dass genug da ist ja, das muss ich hier um sich hier retreaten ja ja, ich komm da nicht ran ich bin nicht ranged ich hab das ding geholt rangerover mensury komm mal guck mal guck mal, ich hab mehr farm ui 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 die töten wir alle was hatten wir dann letztens nochmal geil, ich hab kein Donner mehr da war leider noch kein level 3 den dodge timer den dodge old timer den dodge old timer siehst du, hab ich gebaitet den scheiß man meinte, das war super gespielt alter wüsste gar nicht dafür aber ich wusste nicht, dass du da reingehen willst, weil ich wollte eigentlich nur wegrollen hä, ich hab doch geehlt alles halt zu dumm zum spell schäden ja, aber du darfst nicht die E spell schäden, du musst die den stun spell schäden so, du fotzen jetzt reicht sich aber ist okay machen wir gucken richtig dumm, alter richtig dumm hat die dich exhaustet gerade? mhm tatsächlich ich hab noch exhaustet, ich hab mir das aufgehoben ja, sieh irgendwie im schwersterne ja, wir haben gerade die bubble waves das Ding ist der kleine alte Udi war da auch älter oder du hast gesehen ja lass ihn hier, wo ich komm vorne nochmal ja, da ist jetzt ja, da ist jetzt missgeschickt passiert der auch hier im Busch wartet, wenn ich da vor Ort gehe das ist schon wieder so ein Skandal gewesen, alter oh, das miss hä? 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 wie k- hä? hä? wie war das denn? 10 fahr mehr fast, alter ich bin richtiger Gott hä? der ist egal, ne ja ja pfff ach, ich max glaube ich die W statt der Crew, ne hä? ja, komm ey, die Crew magst du schon mal nicht Stormraiser first, oder? du magst erstmal deinen F eigentlich das E ich bin nicht Stormraiser, ne? eh warum das E, alter? damit du die länger taunten kannst taunten Udi ist hier Stormraiser, wo ist es denn da? mhm oh, der ist halt noch schneller als ich, man schade, ich kann mir keinen basefair holen ja, der ist leider noch schneller als ich aber jetzt hab ich wieder Flash warte mal der blue buff eben am Anfang, der war nice Udi ist wieder unten jetzt noisy war das ja bleiben immer noch die Overstain grad so hart, alter das Spiel ist zu einfach mhm, die hat gar kein mana mehr, das wird jetzt richtig lustig da gehen wir jetzt auch direkt rein Karl, hast du mal ein Play hier grad drauf gehabt? ne hast du überhaupt einen Play oder was? wir müssen uns ein Doppel Rave legen uns hier, ne? ja stimmt erstmal erfahrt man einfach, ne? du durdürdomen komm, man disse lauf yeux tu istiel falmer, warum Link Darke sich an die angreifen, Alter! ach der hat mal ne Dinger hier oben gemacht ist natürlich ganz frech uups uup joo uup ah ich geh mal K with gut, da seh ich mich auch noch Flash Queue warte und dann ist immer noch nicht 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 ich wir uns wieder in der deutschen flächen sehen auch alex galusi ich kann noch mal nachher ich kann noch ein bisschen so gegen hat was macht der hypnotik und nur schweiß ich dachte die e wird nicht als dingens gezählt gab es nicht mal so ein pokémon aber er hat das eben autorität gut nachgemacht okay okay hey links glaube ich schuhe hast du noch potz sonst kannst du auch erst weg gehen wir haben gerade gute wave gegen uns sie da drin ja da muss ich leon hat jetzt kann man ja ich habe das eigentlich gerade ein freak die haben jetzt gerade nichts mehr ich habe gerade die ulti ich stand vor einer ulti drin das war dumm einnehmen und auch ein minion nämlich 666 und dann gleich auch mal runter kommen ja komm geh auf mich drauf jungs da sehe ich muss jetzt hä ich habe die ulti ich habe die leona holt abgekriegt wo ist galle oder ich habe die leona holt abgekriegt und dafür fläche ich auch mal ja die hätte so locker kühlen können ist so gut jetzt so locker kühlen können dann die kam ich auch nicht mehr ran mein powerball wäre gleich abgelaufen da muss man auch mal hinterfragen jetzt sind von der ding ins gestorben ja ich ich habe die leona holt abgekriegt dann hat sie zwei federn gemacht und dann hat sie die federn gezogen dann war ich tot oh mein gott ey ihr seid ja schon wieder am träumen alter ich out farme die hier gerade und jetzt fehlen mir 100 gold 200 gold zum bf zuort dein flash muss ich aber auch mal hinterfragen ja das stimmt äh was du bist hier lang gerollt da stand die leona da nix higher du hast dahin geflasht aber wie stehst du denn schon wieder auf 5-0 alter was mit den gegnern denn schief ja aber da oben 23 sind die da so schlecht oder dass es selbst mir gut steht mein gott ich komme mir hingegen jetzt habe ich genug geld für das wort auf bf ich von meinen wards hier ey ich geh nochmal im base er geht glaube ich nicht auf die rolle worte weil ich hab 1,3 gut ich auch nicht als uli aber da ist er schon wieder ja pass auf miko der kommt mitte jetzt so der playblade ist mir rein oh alex der ist dauerung der geht wenn ich gleich komme ne eh so oder so dauerung jetzt bin ich ja mal gespannt was ich hier oben bin sehe die sich halt selber töten ich finde das so lustig mir kommt erstmal die krabbe aber ohne was du hast diese crap ja ja jetzt rein du 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 ja hätte er den jetzt auch nicht boah ich dachte schon miko wird on play jungs ich sehe uns da jetzt auf nem herald geh halt mal mitte nee geh mal mitte mal hüte ok ich roll mal los they see me rollin they hatin oh ja hüte ich weiß dich also hier lass mich doch in ruhe du pfotzern warte lass mich doch mal kurz runen dann lass mich doch mal kurz runen dann lass mich doch mal kurz runen ist ja geil da ist ein rot drin das weiß ich ich hab pink runen können ist so einfach ist so einfach brauch die wir rüten naja was macht die denn vor allem will die an dich dran wenn du deine wehrst bist du fast im kittler ich komm mal ohne das miss dann bist du fast im kippert da bist du fast im kippert ich kann meine ulter da hat ein wort abgelaufen drin ok ich bin exhausted oh fuck no bravo da hab ich mich natürlich beten lassen kalle ja ich muss auch rankommen da halte ich den jetzt weg alter ich war exhausted und gestern was willst du eigentlich von mir da warst du nicht mehr doch nein doch doch nein gefustet alter ich bin schon weggegangen weil du nur einen auto attack machen musstest und du rennst nach hinten alter nein doch nein ach scheiße das kannst du deinem pfleger erzählen vielleicht glaubt er dir das hackten wir hier gerade ich weiß nicht ob ich den noch machen kann alter ich weiß nicht ob ich den noch machen kann alter ich weiß nicht ob der exekte schulze 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 Ich hab das Gefühl der Uli kommt gleich runter besorgen Ja der war doppelt in Ebene Ja der kommt aber ganz schnell Gleich hab ich gesagt Ich critter halt jetzt schon so mega viel Boah ist einfach wieder Ulti jetzt Das XP geh ich nicht Oh Uli ist hier Mirko Komm mal Ach nein jetzt hat er das Vieh nicht abgebrochen Warte ich kann gleich vielleicht Komm mal hier Wenn ich irgendwie hinterherkomme Eher Eher Der ist ein Speedbuff noch Der ist ein Speedbuff noch Warte Immer auf mich gehen oder was Das ist kacken frech Ich weiß auch nicht was die da vor Ort Der macht da meine Vögel Guck mal wie sie immer auf dich wollen Ich auto-detektive die will auf dich Die Ralle ist halt echt nicht Du kannst nicht ihren Stun und ihre Ult Spell sehen Aber die wollen halt echt nicht auf dich rauchen Ich kann machen was ich will Ich kann machen was ich will Ich kann halt wegstaffeln Ich bin die Gefahr Alles gut Die müssen erst die Gefahr bannen Bevor die auf mich gehen können Dann nochmal runter Werden da ein Hund Neuerdings Ich habe erstes Hund Das war aber Draußen auf der Straße einer Seit wann hast du Nicht so Ach ja stimmt Du musst ja mal drei Stunden Ich hab schon Ich hab äh Passo ich glaub der macht den Mountain Drake Seit ich lebe Na geil Wenn er mit dem Hund geht frisst er auch Lasagne nebenbei Also ich hab glaube ich schon seit 20 Jahren Hund Mein Gott Och ne da ist er schon wieder in Renn Ja Komm mal hin gegen Guck mal runter Ich hab noch gehealt Ja ich bin tot Wenn das so weiter geht kriegst du gleich First Blood da woher Nein Gott Da ist aber ein Schicklequill drin Ja ich hab's leider Ich hatte leider keine Dingens mehr Och nein alter Da flashe ich noch rein Ich denk Ich hab kein Schaden alter Jetzt ist der hier alter Ich hab keine Ult mehr dickseye Ja trotzdem Hast du noch tornt? Noch tornt Ich hab doch keine Ahnung Der hat das hier grad geflasht? Ja Flash Ult glaub ich Der ist nur geschaffelt Der ist nur geschaffelt Der ist nur geschaffelt Vier Leute hier alter Ich krieg hier die Pimpernelli's hier mit euch Ist er noch Och ne 3 Sekunden hab ich Q Der hat den Drake eingefangen Was hier? Ja Der hat den gepult Pulled Pork Hast du da noch ein Ward oder so? Ja ich geh gerade hin Ne ich mein doch nicht Jetzt gehen kann ich nicht Der hatte nur den Pink Ward hier Ohja der UDM macht den hier Das wusste Das hab ich mir nämlich schon gedacht Hallo? Wege Angst? Weil der ist in mich reingeflasht Sorry Warum geht's denn nicht Da kann ich nicht für wenn der mich reinflasht Ich komme Benni Na die könnt ihr doch locker jetzt weg Nudeln Mirko wird in der Mitte von Leona outplayed Ich greife mich an du Fotze Oh Pfff Mirko vs Leona Och da war aber ganz knapp Ich hab den Ding ganz ruhig einfach hier Ja der ist halt einfach stumpf auf mich rauf geflasht Ja chillt ich bin auch gleich da dann Ich geh meine Q Mach ich Benjamin Kite mit dem Der wollte dann Mirko nicht die Kier geben der Wichser Ne Schade Was willst du? Ich hab den UDM gepinkt Also ich meinte ihn zumindest So War ja grad auch ein Selbstmordkommando alter Ja er wollte halt den Ding in 2 Also tragisch ist er jetzt auch Ne das war 6 kills Na cool das muss ich mal erhöht machen Hm? Ja da wäre er erhöht Nein Star Jogger boah Komm mal hier von dem Muss nur rauspushen Und dann muss ich Ne ich geh raus und beginne base Ab 2300 Gold Dann können wir den machen gerne Dann ist es wieder Botlane Ich mach dir gerade Cleary Vision Cleary Vision Cleary Asile Gehst du base oder bleibst du noch? Ja Schau mal jetzt Hä? Ich hab einfach den Pinkwater weggemacht Achso 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 jetzt verstehe ich Also Hatten sie Kündchen gedauert Wieso ist die eigentlich Level 10? Wo ist denn jetzt Leona? Da kommt sie jetzt Achso jetzt geh mit deinem Finger Achso jetzt komm ich Achso jetzt komm ich Sie ist da Ich kann ihn auch Ah wobei du hast den Tor auch schon Okay Mal noch miss ne? Pass auf Doppelins auch miss Also hier kommt Also hier kommt Kommt der oder? Achso sie kommen Wir werden mal ein Blubuff machen Wir können auch mal eben kurz kommen Ich hab noch keine Ulti Ich hab hier draußen Ich hab hier draußen War klar dass der Udi dann geht Wotlane kommt hier auch? Auch im Weg Ja Ja Udi Ich komme Oh fuck Alex hast du TP? Komm man Jetzt hast du mal eine Kuh abgebrochen Ah Ich werde hier von drei Leuten getötet Alter Ah der hat mich erstmal richtig schön auseinander gemacht Irgendwie hat mal eine Kuh mit der Pflanze abgebrochen Hey wo hat den denn hier her? Der wäre tot gewesen Hast du den Harald? Ne Malte Ich hab den Harald Der Renekton ist da oben grad übrigens Basekaker hat noch zwei Leben Wixe alter Ja irgendein Idiot hat da die Pflanze wieder genommen dann ist meine Dinge jetzt da wieder abgebrochen Ja das war die Xire und die Die Leona glaub ich Oder der Udi Einer von denen Richtig stupid Alter Aber der Renekton hat sich fast selber an mir getötet Naja Übertreiben wollen wir es auch nicht meine Ich wollte grad sagen er hatte noch überhechte Leben Hallo hast du dich mal gesehen? Der healt mit einer Q mehr als Ich bin blind Alles andere Hätte er nicht seinen Precision Triumph Heal da bekommen wäre der tot gewesen Precision äh Bin voll in den Tower gebated Voll outplayed alter Mh 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 Rönecken ist auch miss Oh Rönecken ist hier Oh Rönecken ist hier So ein Powerplay bei Harald Oh Rönecken ist hier Was ist der Powerplay bei Harald? Mh 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 und glück haben auf dem nexus dauer normal dazu wird es nicht kommen hatte gerade fps siehst du ja dann auch ein video das hat nur 0,1 pass auf dass jetzt nicht zum baron rembaseer renn hier das war ein power play baron wollen die da machen äh herald alter alex erstmal da flamen ala alex was machst du da ala ala alex ala wakba ala wakba traut er sich jetzt auch nur weil es auf aufnahme ist sollen wir mal baron forsten hier oder wie sieht es jetzt hier aus ähm drake trakobol von hier uhr der die maschine den wieder macht alter den macht auch drake in drei sekunden immer ach ja ist er schon ich bin da was wollen die immer eigentlich von mir hier alter kannst reingehen wenn du willst toi ach kacke ey ich hab gekauft xia kommt hinter uns pass auf ich hab da keinen bock jetzt hier gegen 2 rein zu gehen er war doch schon tot alter wie kann er noch die ulden machen oh hallo was du denn da schnuckechen jetzt können wir eigentlich brrr aber kein smile ne du dir jetzt ja tot ja 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 boah wollen wir jungs wege ich hab den feuer nicht gemacht ah die haben eh aufgegeben gg mh 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 mh